Anonimo B&B ist glücklich zu Host und kommuniziert die folgenden Regeln. Bei der Ankunft im B&B sollte über Dokumente, Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, für die Zusammenstellung der Polizeikarte, Daten verarbeitet in den Verpflichtungen des Gesetzes Nr. 675 DEL 31 12 96 und die Zahlung der Kurtaxe und liest den Schlüssel zu der Tür und Raum abgegeben werden. Als das Bett und Frühstück kleine Familienstrukturen gibt es keine verfügbare Rezeption zu allen Stunden des Tages, wie es für das Hotel geschieht. So wird jeder Tourist telefonisch an den Besitzer der gewählten Unterkunft ihrer voraussichtlichen Ankunftszeit mitzuteilen, erforderlich mindestens 24 Stunden vor Ankunft selbst. Gehen Sie auf die Struktur, ohne sich um die Ankunftszeit mitgeteilt haben, können lange Wartezeiten verursachen. Dieses Problem kann kein Grund für Beschwerden oder Erstattungsansprüche werden. Check-in 14 bis 20 Uhr, mal Erwartete bei der Buchung vereinbart werden, weil, wenn es eine Änderung ist, Gastgeber der Lage sein muss, um Ihnen Zeit zu den Raum neu ordnen. Check-out streng bis 10.30 Uhr, wenn die Struktur eine Änderung hosts hat, werden mehr Stunden notwendig mit dem Eigentümer der Immobilie bei der Ankunft Gepäck vereinbart. Es nicht erlaubt ist, persönliche Gegenstände in der öffentlichen Bereichen zu verlassen, wenn keine Haftung übernehmen. Da der Besitzer des Hauses um die Tasten Ihres Hauses gibt, sperren Sie beide Türen jedes Mal, wenn Sie für die Sicherheit aller in- und ausgehen. Es kann nicht andere Leute im Hause bringen, als die der Reservierung des Raumes. Es ist nicht erlaubt, die Küche zu benutzen und es ist nicht erlaubt, Speisen oder Getränke mitnehmen. In Bezug auf Lebensmittelsicherheit, HCCP, es ist nicht möglich, Speisen oder Getränke in den Kühlschrank zu stellen. Bitte überprüfen Sie nach Benutzung der Toilette, dass die Wasserhähne geschlossen sind, um Probleme zu vermeiden. Und die Lichter ausschalten, wenn sie nicht dazu dienen, auf, nicht werfen, in der Toilette oder in den Ausguss. Alles, was die behindern könnten, rohren. Die Reinigung erfolgt täglich, Handtücher alle drei Tage gewechselt werden, Wäschewechsel einmal pro Woche. Haustiere sind nicht erlaubt. Schaden, alle Strukturen von den Touristen verursacht Schaden. Einmal gefunden, verantwortlich, muss von den Touristen erstattet, nach dem Eigentümer der Struktur. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust, Diebstahl oder Beschädigung ihres Eigentums, den Zimmer verfügbar für Wertsachen zu einem Safe in jedem Zimmer zur Verfügung steht. Der Beachtung der Verordnung ist absolut obligatorisch. Bei vielen wird wir zwangs mehr als die Bleiben nicht lassen und sofort informieren Booking. Wir danken Ihnen für unser Hotel entschieden haben und wünschen Ihnen einen ruhigen und schönen Urlaub. Egentlärchen, auch wenn Sie die Beachtung des Haftung des Haftungswohnen verursachen. Müddeid.